Hallo zusammen, das ist ein kleines Addendum zu dem, was ich früher gemacht hatte mit dem 150 Euro für einen riesen Games Workshop seid ihr denn bescheuert Video? Übrigens, zu dem Teil stehe ich weiterhin, es ist vollkommen lächerlich für eine einzelne Miniatur, wenn es etwas größer ist, 150 Euro zu verlangen. Aber ich wollte einmal kurz erklären, warum die Preise generell gestiegen sind, weil es ist nicht nur einfach böse Absicht von Games Workshop, da steckt zu einem gewissen Grad ein Sinn dahinter. Ich habe hier einmal die Start Collecting Box von den Slaves of Darkness drin, Slaves to Darkness, Entschuldigung, das sind die Chaoskrieger ohne einen festen Chaosgott dahinter, also Chaos und Divided. Und hier haben wir 10 Fußsoldaten, einen Chaoslord und 5 Reiter drin, für einen Preis von 80 Euro. Das heißt, im Durchschnitt haben wir hier pro Miniatur einen Preis von 5 Euro. Eigentlich kosten die Reiter deutlich mehr als Fußsoldaten, aber bleiben wir bei 5 Euro glatt, damit es ein bisschen einfacher ist. Bei den Fußsoldaten im Einzelpaket kriegen wir für 43 Euro, grob überschlagen, 16 Stück. Das heißt, wir sind bei etwa 2,5 Euro pro Miniatur. Eigentlich 2,65 Euro, aber sagen wir mal einfach 2,5. Also etwa die Hälfte von dem Preis, den wir für das Start Collecting Set bezahlen würden. Wenn wir uns einmal die Miniaturen hier anschauen, sind die alle relativ individuell positioniert. Der hier springt ein bisschen nach vorne, der steht störisch mit einem toten Elfenkopf in der Gegend, der hat sein Schild nach hinten, weil er unbedingt erstochen werden will. Und hier stehen die Jungs alle mehr oder weniger gleich rum. Das liegt daran, wie die Sprues aufgebaut sind, also dieser Plastikrahmen für die Einzelteile. Hier seht ihr, das ist relativ blocktastisch aufgebaut. Wir haben einmal diese Blocks mit zwei Rückseiten des Charakters und dem Schild. Und hier zwei Vorseiten des Charakters und dem Schild. Das andere Spru ist einfach nur verschiedene Armvariationen und Köpfe. Hier eine von den Super Special Sprues, hier die andere Super Special Spru. Also mehr Schilde, mehr Arme und der Rückkörper von dem besonderen Typie. Das wäre hier der einzige, der den Arm abstehen lassen kann. Und ihr seht, die Variation hier drin ist im Grunde, wir haben zwei Bauteile für den kompletten Körper. Haben den rechten Arm, den linken Arm und den Kopf. Und das war es im Grunde an Variationen. Während wir bei diesen Kollegen dieses Blue haben. Okay, vorweg, das ist die Start Collecting Box. Ich weiß nicht, wie das Ganze am Ende laufen wird, aber die Flagge Landen und die neuen Sisters of Battle sind genauso aufgebaut von den Sprues her. Ihr seht, das Ganze ist sehr formgerecht zugeschnitten. Also zum Beispiel dieser Körper hier ist einmal komplett umschnitten worden, weil man hier dynamischere Posen machen möchte. Und dafür muss man die Körperteile eben individueller zusammenschneiden. Das ist bei den Fußsoldaten noch einigermaßen vertretbar. Bei der Kavallerie nimmt das Ganze abstruse Formen an. Einfach weil Teile des Beines an den Pferden mit dranhängen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel den Körper, das ist die Vorderseite vom Körper mit einem Teil des Beins und dem Vorderteil des Fußes, weil der Rest vom Bein und vom Fuß am Pferd dranhängt. Wir haben hier noch einen Pferdekopf, der einfach den Pferdekopf hat, dann irgendein Gesplüppel für innen und dann ein Bein vom Pferd. Und alle Schilde bei der Kavallerie haben einen Teil vom Zaumzeug und einen Teil vom Pferdekopf mit dran. Das heißt, die Dinger sind deutlich komplizierter zusammenzubauen und es ist deutlich einfacher, hier irgendwas kaputt zu machen. Aber dafür ist der Detailgrad deutlich höher als bei den anderen Miniaturen und die Positionen sind deutlich individueller. Was daran liegt, dass diese Miniaturen für Age of Sigma gebaut wurden. Age of Sigma ist das neue Warhammer Fantasy und hat im Grunde dieselbe Gaming-Führung wie bei Warhammer 40k. Das heißt, wir haben relativ lose Formationen, das heißt, es ist immer noch eine Einheit von zehn Fußsoldaten oder zwei Einheiten von fünf Fußsoldaten, aber sie würden sich in einem relativ losen Verband bewegen. Während diese Jungs für Warhammer Fantasy gedacht sind. Und bei Warhammer Fantasy war die Vorgehensweise, dass man möglichst viele Miniaturen auf eckigen Bases hat, die auf demselben Backblech stehen, die dann in das Backblech des Gegners gerammt werden, wobei möglichst viele Miniaturen totgehen sollten. Das heißt, wir haben beim alten Warhammer Fantasy einen größeren Fokus auf viele Einheiten, auf möglichst wenig Platz. Das heißt, die Einheiten mussten in einer gewissen Formation bleiben und mussten das Gefühl einer Armee erwecken. Während wir in Age of Sigmar eher das Gefühl erwecken wollen von individuellen kleinen Abenteurer oder kleinen Kriegergruppen, die sich in losen Formationen bekämpfen. Das funktioniert verschieden gut, sag ich mal einfach, von der Logik her. Aber es macht Sinn, dass diese Miniaturen teurer sind als die alten Miniaturen, weil sie höhere Detailgrade haben und individueller gebaut sind. Das nur als Addendum zu dem alten Video, damit ich hier nicht klinge wie irgendein Games Workshop für mein Geld haben, weil ich denn Produkte kaufe, böse, böse Leute, Fanboy-Geschnatter. Und ich bin nur drauf gestoßen, weil ich momentan an Conversions arbeite, die ich eventuell auf dem Kanal irgendwann zeigen werde, wenn ich ein Setup dafür finde. Das nur eben als kleinen Zusatz, warum die Preise so gestiegen sind. Und natürlich, weil kommerzielle Geldgier, aber das ist die Entschuldigung, sag ich mal einfach, warum die kommerzielle Geldgier stattfindet. Falls ihr euch wundert, warum das Video aussieht und oder klingt wie scheiße, ich habe das Ganze in der Off-Woche aufgenommen. Das war nur etwas, was ich nebenbei gefunden hatte und ganz interessant fand. Vielleicht kommen die regelmäßig. Ich muss gucken, wie ich mit meinen Projekten vorankomme. Wie dem auch sei, einen schönen Tag, tüdelü und bis nächste Woche. Wie dem auch sei, einen schönen Tag, tüdelü und bis nächste Woche.